Hallo YouTube und willkommen zurück zu einem neuen League of Legends Gameplay, diesmal irgendwie so ein kleines Trollgame mit nur Tanks. Mal gucken, ob wir was reißen werden. Das sehen wir ja gleich. Wie gesagt, Malfoy, Dramus und Maokari. Mal gucken. Theoretisch müssen die uns gar nicht kaputt kriegen. Das witzige ist, die Gegner sind alle AP. Das heißt, drei Tanks gegen drei APs. Und das ist nicht mal ein Custom Game. Ne, das ist legit, random. Was machst du? Ey, den nehm ich voll aus dem Mattenharrer. Geh weg. Oh man. Hallo. Ich muss mal gucken, ob der andere hier vielleicht dann beschützt. Ich werde mal schneller. Na komm, fass. Boah, Bier. Bier, 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 Bier. Bier, Bier, Bier. Das Ding ist knurig. Das Ding ist knurig. Alle, der hat schon irgendwie sich schon verloren. Lass mal von da gank'n. Der, da ist er wieder. Ey, lass mal bringen, lass mal da rumhin. Ja, lass mal da rumhin gehen. Wenn die dann kommen, dann geht die. Oh, da ist Neimanjahr. Ey, komm, schnell down, da geht. Komm, schnell down, da geht, komm, schnell down, geh. Hier, Bombe. Warte, die anderen kommen auch noch. Oh, gib ihm diese Tanks. Warte, warte, geh da rein. Hallo? Hallo? Da muss er hoch. Jemand da? Soll ich hoch? Na, jetzt kann er da. Ja, ist halt die Scheißegal, wer hoch geht. Ja, lass mich hoch. Ändert sich eh nichts dran. Die kriegt uns trotzdem nicht kaputt. Das Geile ist, ich kann auch mal sparen. Und dann machen die normal hits. Hm. Die brauchen sich ja doch auf Rüstung zu gehen. Wo bleiben die denn? Äh, ach. Warte. Noch so viel Damages glaubst du gar nicht? Soll ich mal mit Blutdürst erzocken? Ja, komm mal her. Oh. Na, jetzt kommt sie wieder, oder was? Verpiss dich doch. Ah, fass. Anstatt zu Usen. Kann er das nicht selbst explodieren lassen? Ja. Und warum macht er das dann nicht? Weil da kommt noch der dritte. Oh, wow. Tio, let's break down, skim it. Auf sieh. Mit Gebrü... Boom. Ich kann verspotten, ich kann verspotten. Meine, 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 meine. Komm her jetzt. Alter. Meiner. Egal, der hat mich. Nein, der hat mich nicht. Das Spiel ist scheiße. Du bist tot, Opfer. Ich kann nur einer richtig. Richtig toren, das bin ich. Warum sind die Magierekschule so teuer? Ja. B-Reck-Schuhe. Ja, die der scheiße ist. Hast du, was? Vampireck-Schuhe? Jetzt machen wir's. 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 Ja, ne? Müssen wir mal wieder ernst bleiben, ne? Ja, ja, ernst bleiben. Ernst bleiben. 2-1 Ich hab schon 6 Lars Die kommen, die kommen Die kommen Einmal aus AFK Hallo Na ich glaub der direkt aufgegeben Ja Werde ich auch an seiner Stelle Oh die macht mir aber Schaden Muss ich da ja mal Tanki kaufen Anders geht er nicht Was machst du da? Zickzackfahren? Slalom Ey ich hab hier jemanden gefunden Heimerdinger? Ja Achso ich bin auch komplett eingekrochen Hab ich eben noch nicht gesehen Ja ich komm auch hoch Dicker Wir ziehen die voll Jetzt gehen die in den Tower oder? Ey hier ist ein Tower Hallo Komm hier Oh komm schon Oh Mann Oh Mann Oh Mann Was so wenig Schaden Ja muss ich gleich neu ändern hier als Tank Ich will gleich immer Tank werden Ich kann schon erste Rüstungsplatte kaufen Kann ich gar nicht Ach Das wird was weiß Das war eben ein Malserhaar drin Kaufen wir einfach die ganze Zeit Äh einfach jeder 15 Äh 4 Negatrons Und dann Was ist das? Oh nein ich konnte nicht verspotten Komm her jetzt Ja jetzt bringt er verspotten auch nichts mehr direkt im Tower Ja jetzt bringt er verspotten auch nichts mehr direkt im Tower Oh Ich will doch verarschen Ja ich krieg's Ey ruht euch alle zuerst Naturpanzer Warum die gerade gar nicht schwarzen Naturgewalt Naturgewalt Äh Magie Rüstungs Naturgewalt Ja ich brauch wohl noch ein bisschen Oh ein Fass Komm nicht mehr hier rein Wie dumm ist der denn ey Oh und da find ich das Komm her Abwehr Nein ich brauch als erstes Stopp Settel das Ne ich will jetzt als erstes dir Komm je hin Ich glaub der ein paar Dinger draufgegeben Warum muss die Rüstung weggehen Die alle auf AP sind Ich will grad sagen Weil ich äh Fail gekauft hab Und das ist eigentlich auch mehr wegen den Turmschaden Jajaja Schnell rausreden Oh Tank Egal Tanky Grip ist das Beste Heimatdinger spielt sogar mit Das ist Level 1 Was? Heimatdinger ist Level 1 Wem Tanky Kürbis verstanden Warum ist Heimatdinger nicht Weiß ich nicht Kannst du dich da ranrollen? Naja kann nicht Kann ich sogar dann Komm hier in den Busch Und mach erst so Speed Und dann Direkt rein Ja gut sollen sie herkommen Ja der ist oben Los geh rauf Dreh dich erst ein bisschen im Kreis Bis du schnell bist Und dann Wartet 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 Los go Was ist das? Ich glaube der hackt Komm 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 verspottet Meins Heim verspottet Ja und ich hab ihn bekommen Das voll cool Ich glaub der kommt runter Ja soll er mal probieren Kriegt der hier Tank ins Maul Komm komm her Da ist er doch Hallo Dann kriege ich Damage Noi Du sagst genau Hehehe 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 Das Game ist voll sieht Oh Er ist mit 2 Schnell Deckung Hehehe Er könnte gefährlich werden Oh 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 Hehehe 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 Wie oft kann der das denn machen? Ewig Geht's jetzt? Guckt also Hehehe 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 Ja ich komm Ich komm von oben mit dem Burschen Vielleicht krieg ich dann den Kassel den Dreck recordlich Egal, Ben drauf Digga lauft er nicht weg Hehehe Oh Gott, muss die denn normale blinken Hätte ich nicht gedacht, dass so ein Trollgame wirklich funktioniert Ja, das funktioniert Ja, das funktioniert Jetzt funktioniert das Scheiße Top Kassack kann so scheißgeiler abhauen, man Ja Ja, komm, wenn wir nicht gleich gut hier, dann Erschild, der erwartet schon, wir haben das einfach mehr Aber wenn wir jetzt hier hinten hingehen, dann bohrt es ja nicht oben und wir gehen hierdurch, dann Radar-Zong, obwohl ich keine Ahnung mehr hab Ne, schon mal noch Ne, schon mal noch Hälf mir What the hell, wie denn schon, bitte? Er hat mich angezündet Richtig Da kommt doch einer Zum Glück, zum Glück, ich bin Level Up gerade gekommen Egal, ich hab kein Mana mehr, ich geh back Oh, er betrinkt sich Egal, ich kauf jetzt meinen Oh nein, ein Heimatdinger, jetzt hab ich Angst Magie Das ist schon ganz schön dumm, dass die drei AP spielen Ja Schon dumm, dass du zu uns denkst Egal Das lern ich auch irgendwie mit der Überschrift den Trolling Game Tank oder sowas Was? Ja, das hat immer noch seine Schuhe So eine, so eine Schuhe Lappen da Naja, der kauf bestimmt direkt Ich muss ja auch noch abziehen 5.1 Ich hätte nicht feier das heute Ich dachte wir kriegen jetzt ultra auf den Sack Da ist ein Heimatdinger Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Komm mal mal mehr Dinger Ehm, die kommen weiter runter Egal Wir sind Tanks Gute Nacht, der Gute Nacht, der ist alle hergekommen Der Jens hat auch nicht gedacht, dass wir das so easy packen Ich hätte gedacht wir kriegen die jetzt auf den Sack Aber ich wusste ja nicht, dass wir uns Das wir machen nur gerne, schon kriegen die nicht auseinander Naja, aber das Dumme ist halt, dass die alle AP sind Komm mal hier, soll die alle hier drin Wenn sie auf AD sind, werden sie noch leichter verreicht, oder? Ja, vor allem bei dir. Mhm. Das war's mit ihm. Ah, schwule Ulti. Die anderen kommen hoch, mach doch da jetzt keinen... Das ist ja lächerlich, was der da macht, immer mit seinem Abhauen. Wenden wir, der kommt jetzt hier wieder hin. Ich dachte schon. Ich kann Abhauen. Ja, ich auch. Hast du dein Ulti? Ja, okay, dann nehmen wir die auseinander. Aua. Aber direkt auf Dings. One-Hit! Lass mal ein bisschen aus Tower-Range gehen. Lol, ich hab Helfer bekommen. Und, geh auf'n Tower! Geh auf'n Tower! Geh auf'n Tower! Geh auf'n Tower, das haben wir! Oh, nein. Ich muss weg. Leute, ich hab grad für beide Helfer bekommen. Warum? Meine Ahnung. Zwei Takes gehen weg, einer kommt wieder. Komm mal her! Oh, das war überschätzt. Egal. Oh, er hat sich nach unten geportet. Ich geh hier dann. Okay. Gut. Ich glaub nicht, dass er da hingelaufen ist. Der ist in die andere Richtung. Junge! Übertreibt's nicht. Ja, der ist weggeportet. Ja. Er ist hier so und dann mit Ulti da rüber. Ja, der ist hier so lang gelaufen. Dann hier und dann hier und dann war er schon da. Ja, genau. Mhm. Nach da und dann war er da. Kauft ihr euch jetzt echt alle Dings? Ja. Außer Mauka, der kauft. AP. Okay. Ja, ich kauf ihm ja erst. Stopp, das Zeitdolter. Ja, mit dem Ding, da können wir uns gar nichts mehr an. Und dann holen wir uns ein bisschen Damage und dann war's doch sowieso schon. Ja, ja. Haben wir schon gewonnen. Gewonnen haben wir eh schon. Allein, wir kriegen auch noch so übelstens viele Dings. Ne, okay, holen wir uns noch einen Warmox oder so. Hab ich doch gleich. Weil wegen dem Lebensrack, deswegen. Das ist heftig. Lass mal, ähm. Oh, der hat den. Der hat den Drake gemacht. Ne, die machen den Drake. Wir suchen's. Die denken so, wir haben gegen Geld, wir sterben. Lorikasas Level 9, die anderen sind 5. Hallo. Da ist noch einer. Ach, du hässliches Kind. Oh, es rennt ihn an. Stirb. Hab ich gespottet. Es ist geiler, sie alle. Das war ein Tripplistern. Ja, meins dann? Das mal den Drake machen. Wir haben ja genug Tags. Ja. Das ist ja nicht so schwer. Ja, ich denk. Ne, ich hätt eigentlich gedacht. Ich hab da noch mein Schutzschild. Egal. Ich hab doch mein Schutzschild auch an. Jo, ich hab ihn gespottet. Wir machen bloß keinen Schaden. Ich seh die Anzeige von dem Typen nicht. Doch da oben. So ganz klein. Boah, da gibt er bei einem schon Damage. Jo, ist jetzt down. Das mal. Das richtig wohl ohne, ohne Manor, ja. Easy going. Jo, habs auch noch mal geil an. Ne. Ich würd eigentlich nur helfen. Hm. Ja, ich brauch Stein der Weisen, damit ich Geld dazu bekomme. Stein der Weisen. Ich hab jetzt meine Natur gewöhnt. Ja, du hast schon 5-1. Was war das denn? Willst du dir jetzt doch nur ein Warbox kaufen? Ne, ne, warte mal. Ich kauf jetzt. Ich kauf jetzt noch an sich, ähm, ein gefrorenes Gedöns. Oder? Warte mal. Gefrorenes Gedöns. Naja, das bringt zwar Mahn, äh, Rüstung, aber. Ja, das ist eigentlich Fail, aber ich brauch Dings. Ja, den Red Buff können beide Seiten sicher eigentlich jetzt schenken, ne? Oh, keine. Doch, ne. Wieso brauchst du den? Ich brauch so'n Red Buff. Ich bin ade. Oben Tower. Ja, geh hin. Es geht's, gehen alle auf ade. Wir pushen dann hier unten in Tower. Mit oder ohne. Units. Macht keinen Unterschied mehr. Guck, ich hab jetzt schon plus 16 Damage, weil ich auf... Boah, wie sie sich hinterm Tower versteckt, ne? Oh, ich hab 124 Modile. Noi. Was? Was? Was bringt dieser Kreis an? Ich hab das nie verstanden. Ja komm, blink dich hier unten durch. Da will ich doch haben. Ja. Er hat sich nochmal geblitzt. Ey. Ich war eben da, also... Ich war hier. Er stand da, hat sich mit Ulti nach da geportet. Ja, das war's. Ich bin von da nach da mit meinem Stun. Der ist voll schnell gewesen. Er hat sich nochmal geblitzt, weil er mich gesehen hat. Und dann nochmal mit Ulti weg. Okay, jetzt sind wir irgendwie zwei oder drei auf einmal gekommen, sonst ist er da... Oh, der ist nach einmal, Dinger. Nach einmal, Dinger. Nach einmal, Dinger. Komm mal her. Komm mal her. Ja komm, blink. Oh, schade ich da... Oh, da ist noch einer. Oh, da steht noch ein Tower, da steht noch ein Tower. Ich komme. Aber fang doch nicht gleich an zu weinen, du wirst an Tower stehen. Ja klar. Ich will überleben hier mit 6.1. Ja gut, dann verkauf meine Rüstung doch wieder und kauf dann halt. Komm, warum macht mir so viel Damage? Ich will den, ich will den, ich will den. Oh Mann. Ich will den. Ich will den. Warte mal, ich kaufe mir jetzt komplett auf die... ...ein, ähm. Das war echt reichsvoll. Er ist oben durch die Wand, oder? Ja. Aber bitte lauf in meine Arme. Er ist nicht so behindert oder nicht, seine Ulti? Wir freuen uns zum Abhauen. Wo sind wir jetzt hin? Egal, das ist einfach nur ein Lacker. Lass uns den Typen nur unten wegholen. Den da. Dass sie nicht so renten, ne? Raffen die nicht, dass sie verloren haben? Ich glaube nicht, oder? Ich kann überhaupt mehr aufteilen. Komm mal her. Du hast schon dein Dings. Ja, ja. Ich hab mehr Life, willst du? Ja, ich geh auch nicht auf Live. Nee, ich auch nicht. Doch. Wer will ja schon auf Live gehen? Irgendwann musst du denn hier immer alles wegtreten. Ich hab mehr Life, willst du? Ist das so? Ja, ich hab 1.8. Du kaufst ja auch auf Live-In. Oh, komm, ey. Warte, lass die mal beide klatschen. Warum ist heimann so ein Lappen? Ich hab Ulti, ich hab Ulti. Ich hab mal Schuhe gekauft. Ich hab auch Ulti. Ich wollen Siebelst trollen, glaube ich. Troll-Game. Aber wir trollen nie mehr, von daher. Sollen sie small halten. Oh, ein Vasaat. Alter, ich mach 111 Schaden mit einem Schlag. Ist gar nicht so schlecht. Oh ja, lauf beide rein. Danke. Komm her. Mach dich unterm Tower, du Fotzenknecht. Oh Gott, ey. Wird ja nicht so auf Wegreden, hätten wir schon 23. Mach den Tower. Was ist das denn? Wie der sieht, wie sieht der denn aus? Na, ich kauf jetzt auf meine Ulti, damit ich mir Ulti-Damage mach. Aber ich glaub, die werden bald zu renten. Hoffe ich doch mal. Ja, 3-0. GG. Ja, das war's von uns. Ciao. Tschüss. Tschüss.